Moin Moin und Grüß Gott liebe Kunden. Mein Name ist Stefan Hartlieb von der Firma GS Terrasse Montagesysteme. Ich begrüße Sie aus unserem Media Keller in Minden und wir wollen Ihnen heute wieder ein Projekt eines Kunden zeigen, der einen vorhandenen Balkon mit einer neuen Holztiele belegt hat. Er hat dazu unser Ecofix 4523 genutzt mit unseren entsprechenden Kunststoffstelzlagern. Sie kennen unsere Kunststoffstelzlager, Augen auf beim Stellfußkauf, 200 mm Durchmesser, kein Loch im Boden. Das heißt, kann auf jede Dachbahn oder gefestigten Boden gestellt werden, ohne sich einzuschneiden. In dem Fall hat der Kunde aber auch noch zusätzlich auf der Dachbahn eine entsprechende Bautenschutzmatte liegen und somit kann er ohne Probleme arbeiten. So, der Kunde hat genutzt, Stellslager aus Kunststoff, dann dazu auch unsere sogenannten Klickadapter. Natürlich können Sie das Profil, unsere Aluminiumprofile, wir haben ja eine Menge Aluminiumprofile, wie Sie wissen, kann man verschrauben mit dem Stellfuß direkt. Aber in dem Fall, wie viele Kunden, nutzt er unseren Clever-Click-Aufsatz. Der wird einfach draufgeklickt, Sie kennen das. Dann wird das Profil entsprechend in diese Clever-Click-Füße eingeschlagen, eingeklickt und somit kann er dann im Grunde genommen die entsprechenden Höhen auf seiner Terrasse ausrichten und hat dort seine Diele verschraubt. Ganz wichtig in diesem Video zu sehen und wir sagen das auch immer wieder, Sie müssen natürlich, wenn Sie Terrassen bauen, unabhängig ob eine Holzterrasse, eine BPC, BPC oder eben halt auch eine Plattenterrasse, den Rahmen miteinander versteifen, dass im Grunde genommen eben die dort entsprechende Steifigkeiten und Verdrehungen, die dort auftreten können, minimiert werden. Und das Schöne ist, unser System, Sie kennen das, wir arbeiten in einer Ebene, das heißt immer dann, wenn Sie nicht genug Bauhöhe zur Verfügung haben, können Sie, brauchen Sie nicht, Sie können natürlich mit einer Konterlattung arbeiten, aber Sie haben eben halt oftmals die Bauhöhe nicht. Aber Sie sehen durch unsere Winkelapplikation, wir arbeiten ausschließlich mit Metallwinkeln, um dort unser System zu versteifen, sehen Sie, in welchen Bereichen von wenig Platz man trotzdem noch das System entsprechend versteifen kann. Ein sehr gutes Beispiel für das System und den entsprechenden Vorteil. Auch hier wieder sehen Sie dadurch, dass teilüberdacht und nicht überdacht werden Rinnen gesetzt, einmal Fassaderinne und auch die Türeintrittsrinne in dem Fall, eben zwei verschiedene, einmal die 150er-Rinne und einmal unsere 60er-Rinne, weil die Hauswand oder der Rücksprung eben halt da ist und somit hat der Kunde zwei Rinnen verarbeitet, um dort die Fassade und auch den Türeintritt von der Fläche bezüglich dem Wasser, was dort dann in die Tür drücken kann, zu trennen. Und somit hat der Kunde eine sehr, sehr gute Terrasse gebaut, wie wir finden. Auch wieder die Frage, um sie gleich zu beantworten, ja, sowas können Sie selber, überhaupt gar kein Problem. Und das, was sehr, sehr wichtig ist, neben dem Rahmenbau, ja, das wissen Sie auch, ist, dass Sie in dem Bereich der Holzdielen, wenn Sie diese auf Aluminium verschrauben, auch die Holzdiele vom Aluminium trennen. Ja, das heißt, dass die Holzdiele eine entsprechende Unterlüftung braucht. Man nennt das konstruktiven Holzschutz und der Kunde hat das hier gemacht. Ich zeige Ihnen das mal. Ja, wir haben ja verschiedene Clip-Systeme für Dielen mit H-Nut. Wir haben natürlich Plattengleiter, auch da ganz klar für den Wasserabfluss muss dort die Platte vom Aluminium getrennt sein. Und in dem Fall hat der Kunde die Gleiter, unsere entsprechenden Terrassengleiter eingesetzt. Damit ist die Diele 6 mm von der Unterkonstruktion getrennt. Und es ist völlig unerheblich, ob Sie da eine Alukonstruktion einsetzen oder eine Holz- oder WPC, was auch immer. Sie müssen im Grunde, wenn Sie Holz verarbeiten, ja, egal auf welchem Untergrund, das Holz trennt von der Unterkonstruktion. Das nennt man konstruktiven Holzschutz, gelöst hier durch unsere Gleiter. So, und jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten. Wir schauen uns an, was der Kunde gebaut hat. Aus unserer Sicht ein sehr, sehr gutes Projekt und ein sehr gutes Beispiel dafür, was Sie mit unserem System gerade in diesen kleinen Bereichen Rücksprüngen und so weiter machen können. Folgen Sie auf die Baustelle und schauen Sie, wie der Kunde gebaut hat. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.